Hallihallo Leute, ich möchte mich erstmal bei euch recht herzlich bedanken. Das, was ihr gerade mit meinem YouTube-Kanal macht, ist der Wahnsinn. Ich hätte nicht mit so viel Zuspruch gerade gerechnet, vor allen Dingen, da ich das jetzt schon seit mehr als zwei Monaten mache. Hobbymäßig, aus Spaß, weil ich den Leuten zeigen wollte, wie man was bekommt und levelt und farmt. Und ich bin jetzt hier wegen dem YouTube-Gewinnspiel von den Totengräbern. Die gab es 15 Mal zu gewinnen und die Gewinner werde ich gleich in meinem Channel posten, in den Nachrichten, also in der Anzeige, am besten durchlesen. 15 Stück haben gewonnen, jeder von euch bekommt dann diese Totengräber. Wichtig ist, dass ihr mir in dem Video, wo ich jetzt gerade spreche und gleich hochladen werde, nachdem ich es umgewandelt habe, mir in den Kommentar die Gewinner bitte ihre Ingame-Namen schreiben, wie ich euch adden kann. Es sei denn, ihr seid schon bei mir drin, dann aber trotzdem schreiben, wer ihr seid, damit ich das 1 zu 1 so rübernehmen kann. Und dann bekommt ihr eure Totengräber. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Alle anderen nicht verzagen, ich mache noch mehr Gewinnspiele und da werde ich auch weiter bei bleiben. Und ich habe vorhin von einem Ingame-Spieler noch Waffen bekommen, und zwar vom Z-King Panda. Der hat mir noch ein paar Waffen gesponsert, die werde ich im Video jetzt gleich noch zuposten. Und die Waffen könnt ihr ebenfalls gewinnen. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Glück für die nächste Runde. Dankeschön, bye bye.